Justin Bieber zeigt sich erstmals nach der Geburt seines Sohnes Jack in der Öffentlichkeit. Der Sänger wurde in Beverly Hills beim Besuch eines Gottesdienstes fotografiert. Er erstreckt in grauer Kapuzenjacke, schwarzen Jogginghosen und Louis Vuitton-Slippern. Mit einer beigen Maske und grüner Mütze versucht er, unauffällig zu bleiben, wird jedoch erkannt. Ein Augenzeuge berichtet, dass Justin während des Gottesdienstes emotional wurde, da das Thema die Liebe zu Kindern war. Justin und Hailey teilten letzten Freitag die Geburt ihres Sohnes Jack Blues Bieber mit, indem sie ein Foto von Jacks Fuß posteten. Ein Freund des Paares deutete an, dass Jack am 22. August geboren wurde. Das Paar ist seit 2018 verheiratet und überglücklich über ihr neues Familienmitglied. Ein Insider verrät, dass Jack gesund und reizend ist und auch Hailey sich gut fühlt. Hailey hat sich seit der Geburt noch nicht öffentlich gezeigt und nur wenig von sich hören lassen. Sie teilte kürzlich eine Szene aus In einem Land vor unserer Zeit in ihrer Instagram-Story, die einen schlüpfenden Baby-Dinosaurier zeigt. Während ihrer Schwangerschaft hielt Hailey Details weitestgehend geheim und enthüllte die Neuigkeiten erst spät. Untertitelung des ZDF, 2020